Ja, willkommen im Jutta Nestler Store. Es beginnt ja die Biesenmorgen und ich habe jetzt einfach mal gesagt, ich zeige euch meine tollen Schals aus dem Allgäu. Das ist wirklich wunderschön. Das sind alles so Dreieckstücher, die man super auch für das Dirndl oder jetzt auch mal so wie ich einfach oben drüber schmeißen kann. Die haben einen sensationellen Preis, kosten die Ornamentschals 69,90 und diese 2x2 gestrickten 59,90. Wunderschöne Farben, passen bestimmt auch zu euren Outfits, wenn ihr auf die Wiesen geht und ihr seid ein bisschen gewärmt, wenn ihr rausgeht aus dem Zelt. Finde ich eigentlich eine witzige Geschichte. Und dann wollte ich euch noch so ein paar Highlights zeigen, die wir gerade gekriegt haben. Hier eine wunderschöne Lammfelljacke, also wirklich was Außergewöhnliches. Aus Griechenland sind die und ja, ist einfach mal wieder was Echtes. Kein Vegan. Und wer sowas mag, ich würde sagen, kommt vorbei, weil ich habe da nicht so viel eingekauft, weil die relativ hochpreisig sind natürlich für Lamm. Und die Jacke kostet jetzt zum Beispiel, muss ich schauen, 1349, aber ist auch total lässig gemacht. Einfach mal was Neues und sowas habe ich glaube ich noch nicht im Schrank. Hier auch ein witziger Teddy mit so einer Daune dran, auch so ganz lässig gemacht. Der kommt jetzt aus Italien, ist auch was ganz Besonderes, finde ich. Und der kostet 4,59. Also das sind jetzt so Highlights und teure Geschichten für den Herbst, wovon wir auch nicht so viele haben. Kommt einfach vorbei oder schreibt uns eine DM, wir würden uns freuen. Ja, und ich wünsche euch jetzt erstmal eine tolle Zeit auf der Wiesn. Vielleicht habt ihr ja durch irgendwie Zeit mal bei uns vorbeizukommen, wenn ihr jetzt nicht so Wiesngänger seid. Ja, viel Spaß und die Jutta.